Ich bin Fabian Niklaus, ich lebe mit der Klausel und bin seit 17 Jahren Mitglied im Jodoklub Schöpfe. Das Musizieren, das Auftreten mit der Musikgesellschaft zu schöpfen, das ist immer spannend, das ist eine Ehre. Aber es ist auch eine Herausforderung, denn wir sind zwar zu viel musikalische Vereine, aber grundsätzlich sind es andere Stillrichtungen und es ist immer ein bisschen das Gefinden. Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft zu schöpfen, wir hatten 2014 das Projekt K. Schöpfe haben musiziert. Das war eine wunderbare Sache im KKL Luzern und im Jahr 2019 quasi die Wiederholung oder Neuauflage mit dem Jodoklub Ländler Konzert ebenfalls im KKL. Ja, zu einem Jodler, zu einer Jodlerin gehört der Tracht und zu einer Musikantin gehört der Uniform. Die braucht es auch und die muss etwa einmal erneuert werden. Bei der Musikgesellschaft Schöpfen ist das im Oktober 2020 soweit und sie brauchen neue Unterstützung. Sie sammeln für diese Neuniformierung, das braucht ein wenig Energie, ein wenig Geld und da brauchen sie neue Unterstützung und darum sage ich euch von Herzen, Unterstützung des Musikgesellschaft Schöpfen bei diesem Projekt. Danke vielmals.